Es ist ziemlich schade, dass das Training nicht stattfindet. Ich habe mich sehr gefreut und es wäre gut gewesen, nochmal das Material zu testen, damit ich Samstag wirklich bereit bin. Das Rennen wurde abgesagt, weil wir sehr warme Temperaturen haben. Gestern haben wir versucht den ganzen Nachmittag mit Chemikalien zu präparieren. Wir haben einige Stunden gesalzen und gerutscht. Wir haben eine gewisse Festigkeit bekommen durch das auf der Linie, aber wir haben es nicht neben der Linie. Und wenn ein Fahrer einen Fehler macht und eben die Linie halt kommt, dann können wir die Sicherheit nicht gewährleisten. Das Problem hat eigentlich schon letzte Nacht angefangen. Leider war es keine klare Nacht. Eine klare Nacht hat mir gebraucht, damit der Schnee ein bisschen trocken wird und sich das Ganze verbessert. Ich habe mich ziemlich gefreut auf dieses Rennen und war todmotiviert. Und es war schade natürlich. Und es war sehr schade natürlich. Wir haben auch einen swallowtwundertن Civilrare in der letzten letzten Reinharding. Es ist natürlich sehr uner mutaráht. Und es ist sehr schade natürlich Untertitelung des ZDF, 2020